Hallo und herzlich willkommen hier auf TheBigGreek, eurem Kanal zur gepflegten Vermittlung von königlichem Wissen. Im folgenden Video möchte ich euch eine schöne Partie zeigen, in der zwei Großmeister spielen und einer der beiden Spieler nutzt seinen Entwicklungsvorsprung aus. Er bringt schnell seine Figuren ins Spiel und dann überführt er sie in den Angriff und setzt den Gegner Schachmatt. Ja, sehr lehrreiche Partie, habe ich ausgesucht, ist vom Weltcup 2021. Am spielfreien Tag hatte ich die Gelegenheit, mir diese Partie rauszupicken aus der zweiten Runde zwischen Baskaran Adiban und Neuris Delgado Ramirez aus Paraguay. Gehen wir rein, Adiban, ein starker Großmeister aus Indien, spielt hier D4, Springer F6, C4, E6, Springer C3, Läufer B4, die Nimzovic indische Verteidigung. Auf diesem Kanal schon sehr prominent platziert, das ist halt eine Königseröffnung, spielen sehr viele Großmeister, Weltmeister, sehr viel Geschichte hier. F3, sehr aggressiver Zug F3, möchte E4 spielen, das Zentrum voll besetzen. Vernachlässigt aber so ein bisschen die Entwicklung, im Gegensatz zu anderen Zügen, wie Springer F3 oder vielleicht E3 und dann den Läufer rausbringen. F3, Schwarz spielt D5, attackiert hier den Bauern C4 und stellt einen Bauern ins Zentrum. A3, ein weiterer Bauernzug, greift den Läufer an. Läufer schlägt C3, B schlägt C3. Der Hauptzug hier lautet C5, womit das weiße Zentrum weiter attackiert wird. Schwarz spielt aber hier den etwas zurückhaltenden Aufbau mit C6, stützt das Zentrum, nimmt aber dieses Springer das natürliche Feld C6 weg. Weiß spielt hier weiter Bauernzüge, spielt E4, ein weiterer Bauer im Zentrum. Und das ist so ein bisschen die Hauptidee von Weiß hier, das volle Zentrum mit F3, E4 zu kreieren. Es geht weiter mit D schlägt E4, F schlägt E4. Jetzt muss man aufpassen hier als Schwarzer, man darf auf E4 nicht nehmen im Springer, wegen Dame G4 und diesem Doppelangriff. Und das ist unangenehm, weil die weiße Dame plötzlich auf G7 auftaucht. Stattdessen sehr starker Zug, auch ziemlich typisch in so einer Stellung. E5, Gegenangriff im Zentrum, greift den D4 an. Es wäre jetzt ein riesiger Fehler auf E5 zu nehmen, insbesondere strategisch, wegen Dame D1, König D1 und hier Springer schlägt E4. Schwarz erhält seinen Bauern wieder, greift den C3 an und Weiß hat eine Ruine hier bezüglich seiner Bauernstruktur. Kommt gar nicht in Frage nach E5. Weiß entwickelt sich erstmal. Springer F3 bringt den Springer ins Spiel, greift den E5 an. Schwarz spielt jetzt hier Dame A5, attackiert den C3. Man könnte natürlich jetzt fragen, warum nicht jetzt Springer schlägt E4. Dann kommt Dame C2 mit der Idee Springer E5 im nächsten oder Läufer D3 und Weiß hat sehr schöne Kompensation hier. Schwarz spielt Dame A5, wie gesagt, greift den C3 an. Diesen deckt der Weiße mit Läufer D2, entwickelt gleichzeitig eine Figur. Springer schlägt E4. Jetzt nimmt Schwarz raus, schluckt den Köder und Weiß entwickelt sich weiter. Läufer D3. Eine weitere Figur im Spiel greift den Springer an. Schwarz schlägt den Läufer auf D2. Springer schlägt D2. Dame schlägt D2. Und wir sehen jetzt, wir sehen es jetzt, hat sich so ein bisschen gewandelt das Blatt, gewendet das Blatt, weil am Anfang hatte Schwarz eigentlich mehr Figuren im Spiel. Plötzlich hat Weiß mehr Figuren im Spiel. Drei Figuren hat dafür einen Bauern geopfert, greift aber den E5 an. Und diese Stellung ist super lehrreich. Super, 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 super. Wie Pep Guardiola mal früher gesagt hat, Superspieler, 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 Superspieler. Na egal, ich schweife ab. Das Beste hier ist Läufer E6. Weiterentwickeln und nicht gierig sein. Läufer E6. Springer schlägt E5. Springer D7. Die Entwicklung vorantreiben. Und hier ist wahrscheinlich das, man kann hier tauschen auf D7 oder zurückgehen sogar, um Abtausch zu vermeiden. Und dann ist die Erstellung ungefähr ausgeglichen, weil beide Seiten haben gleich viele Figuren im Spiel. Und ja, spielbar. Stattdessen war Schwarz hier gierig in dieser Stellung und spielte eh schlägt D4. Haut diesen Bauern weg. Und jetzt seid ihr dran mit weiß. Was spielt ihr hier? Denkt dran, Figuren ins Spiel bringen. Entwicklung, Entwicklung, Entwicklung. Kurze Ruchade. König in Sicherheit bringen. Bester Zug hier. Springer schlägt D4. Brauchen wir nicht. Dann würden wir zwar einen Bauern wiederbekommen, aber die Bauernstruktur ist eh schon so schlecht und wir haben hier einen Bauern weniger. Nee, nee. Weiterentwickeln. Mehr als eine Ruchade geht nicht. Weiter. Ruchade. So, was macht der Schwarz hier? Bester Zug wäre jetzt gewesen Läufer E6. Figur ins Spiel bringen, aber nach Springer G5 ist offensichtlich, dass Weiß hier Initiative hat. Der Springer ist auch gedeckt. Eine andere Variante ist Dame schlicht C3. Fragte mich bestimmt. Warum kann man nicht den Bauern auf C3 nehmen? Ganz einfach. Wegen Dame E2 Schach. Läufer E6 und hier Springer G5. Und das ist offensichtlich, dass Weiß hier mit im Prinzip allen Figuren im Spiel, und der Turm kommt auch noch in die Mitte, riesigen Angriff hat, obwohl er drei Bauern weniger hat gerade. Der Computer sagt sogar hier, dass Weiß auf Gewinn steht. Delgado Darmideff spielte hier kurze Ruchade. Er brachte den König in Sicherheit. Und der nächste Angriffszug ist offensichtlich jetzt hier. So, jetzt können wir natürlich über den Angriff nachdenken mit Weiß, weil wir haben den König ruhiert. Wir haben mehrere Figuren im Spiel. Nur der Turm auf A1 spielt noch nicht mit. Es ist sehr logisch, den Schwarzen zu attackieren mit Springer G5. Zumal sehr forciert greift den Bauern H7 an. Stellt also eine Drohung auf. Und die Stellung ist schon sehr, sehr schwierig hier für Schwarz. Wahrscheinlich schon verloren. Auf G6 könnte man einfach eine weitere Figur ins Spiel bringen, Turm A1. Oder mit Dame F4 die Dame zum Damenflügel, Königsflügel überführen. Der Großmeister aus Paraguay spielte hier F5. Blockiert hier den Läufer auf dieser Diagonale. Und hier gibt es einen sehr, sehr, sehr schönen Gewinnzug. Sehr, sehr, sehr schönen Gewinnzug. Unglaublich schön. Ich möchte, dass ihr ihn findet. Was würdet ihr hier spielen? Für einen Großmeister ist der Zug nicht so schwierig zu sehen. Ist ein Kandidatenzug. C5 hier. C5 ist, macht den Weg frei, macht die Diagonale frei. A2, H8. Und es droht jetzt nicht nur Läufer C4 Schach, sondern auch Dame A2 Schach. Und das kann Schwarz nicht beides verhindern. Das ist richtig, richtig schön. Es ging hier weiter mit König A8. Stellt den König schon mal in die Ecke. Und hier jetzt gibt es mehrere Fortsetzungen für weiß, wie man gewinnt. Adiban wählt Dame E2 mit der Idee Dame H5. Dame A2 übrigens gewinnt hier auch, sagt die Engine. Gut, wir bleiben bei Dame E2. Finde ich super logisch. Man will nach H5. Hier spielt sich das nur so ein bisschen von alleine. Es ging hier weiter mit Springer D7, womit Schwarz den Springer nach F6 überführen will, um das Feld H7 zu decken. Auf Dame schlicht C5 gewinnt einfach Dame H5 hier. Das ist Feierabend. H6, Springer F7 und so weiter. Das muss man ehrlich gesagt nicht rechnen. Das ist offensichtlich, dass es verloren ist. Also Springer D7. Dame H5 wäre jetzt ein Fehler wegen Springer F6 hier. Das ergibt wenig Sinn, weil die Dame wird angegriffen und der Punkt H7 wird gedeckt. Es gibt hier einen anderen schönen Gewinnzug. Ich möchte, dass ihr ihn wieder versucht zu finden. Kandidatenzüge rechnen, Schlagzüge, Schachgebote. Schachgebote gibt es eins. Springer F7 wäre aber Quatsch wegen Nehmen. Dame E8 und der Turm geht zurück. Aber Schlagzug, Springer schlicht H7, gewinnt hier. Richtig schöner Zug. König schlicht H7, scheitert an Dame H5, König G8 und jetzt Läufer C4 Schach. Da haben wir es. Turm F7, Dame F7, König auf die H-Linie und dann Dame H5. Schachmatt. Standardzeug. Springer schlicht H7. Es kam in der Partie D schlicht C3. Und jetzt, anstatt hier den Turm zu nehmen, spielte Weiß, Dame H5. Bester Zug. Dame schlicht C5 Schach, König muss erstmal in die Ecke. Ja, was soll Schwarz machen? Es droht ein Abzug des Springers. König G8, logisch. Läufer schlicht F5. Droht Läufer E6, Mat. Gefolgt hier Schach und dann Mat. Wird schon ganz schnell Mat. Das verhindert Schwarz hier mit Dame D5. Und jetzt kommt noch zum Abschluss ein richtig schöner Zug. Für einen Großmeister, denke ich, mit genügend Bedenkzeit kein Problem. Ich hoffe, dass ihr ihn auch findet. Ist ein wirklich standesgemäßer Abschluss dieser schönen Partie. Und zwar Springer G5. Weiß macht Platz für die Dame. Adiban möchte auf H7 Mat setzen. Das Fluchtfeld wird gedeckt. Ja, was soll Schwarz machen? Turmschlicht F5 kommt. Dame H7, König F8. Und hier Turmschlicht F5, gedeckt von der Dame. Das wird matt, aber wir können natürlich auch die Dame schlagen. Nach Springer G5 probierte Schwarz Springer F6, greift die weiße Dame an, deckt das Feld H7. Aber was können wir hier spielen? Schöner Abschluss. Dame H7. Trotzdem. Und Schwarz gab auf. Warum? Ganz einfach. Wegen Springer schlicht H7, Läufer schlicht H7, Schach, König muss in die Ecke und Turmschlicht F8, Dame G8, Turmschlicht G8, Schachmatt. Für einen Großmeister war diese Kombination jetzt zum Schluss auch nicht besonders schwierig. Dame H7. 22 Züge. Schöner Sieg auf diesem Niveau. Selten, dass ein Großmeister mit einer Elozahl von über 2,6 so schnell verliert. Ich finde, sehr lehrreich. Erstmal Figuren ins Spiel bringen. Goldene Regeln. Nicht mit irgendwie zwei, drei Figuren angreifen. Wir sehen es hier. Weiß hat drei Figuren im Spiel. König in Sicherheit. Und dann attackiert er. Und Schwarz nur die Dame im Spiel. Und das auf A5 ganz weit weg. Der König in relativer Sicherheit. Aber der Rest der Figuren auf der Grundreihe. Ein schönes Beispiel dafür, was die goldenen Eröffnungsregeln unterstreicht. Falls ihr das Video noch nicht... Falls ihr nicht zu den über 1,2 Millionen Leuten gehört, die das... Nee, warte mal. Falls ihr nicht zu den 1,2 Millionen Leuten gehört, die das Video angeschaut haben, gerne nachholen. Goldene Eröffnungsregeln. Ganz, ganz wichtig in der Eröffnung. Figuren schnell ins Spiel und dann attackieren erst. Und dann nach Möglichkeiten suchen zu attackieren. Hier natürlich auch eine sehr offene Stellung. Zentrum ist komplett offen. Wir haben natürlich die Möglichkeit, schnell zu attackieren. Auf den Flügel. Was in geschlossenen Stellungen zum Beispiel gar nicht so einfach möglich ist. Weil da muss man erst mal die Stellung öffnen. Ich hoffe, Video hat euch gefallen. Checkt auch gerne meinen anderen Kanäle aus. The Big Greek Highlights und The Big Greek Shorts. Ansonsten dann bald wieder mit Videos vom Weltcup. Wenn Magnus Carlsen im Achtelfinale. Achtelfinale im Open. 16 Spieler sind übrig. Oder 32? Nee, 32. Quatsch. 32 sind übrig. Dafür gibt es, glaube ich, kein Wort. Ne? Runde der 32. Haut rein.